Was ist denn das für ein Problem? Halt! Stehenbleiben! Polizei! Wir leben in die Zange! Geh vorn rum! Kurt? Was ist da los? Der tote Kollege heißt Kurt Umruh. Er war 59 Jahre alt. Der Notarzt hat wohl noch versucht, ihn wiederzubeleben, aber er war wohl nichts. Furchtbare Sache. Hat sich jemand sein Essen bei mir gekauft, hier Kollege? Sag mal, ich hatte dir doch gesagt, sie soll sich aus den Ermittlungen raushalten. Verdammt noch mal. Ich versuche nur rauszukriegen, wer meinen Kollegen erschossen hat. Das ist alles. Der Streifenkampf wurde mit genau so einer aufgebohrten 9mm erschossen. War wirklich einer von den Jungs? Sieht so aus. Das müsste ja immer passieren. Nee, Quatsch. Andi kann das nicht gewesen sein. Geh her, los, mach schon! Timo, was machst du denn hier? Ich wasche meine Klamotten. Timo. 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 Timo.